Zwei Meter hoch, zwei Meter breit und aus Glas. Richtiger Albtraum. Hi, ich bin Frank. Ich mache seit zehn Jahren Requisite bei Baris Ferraris und auch hier bei der Abendshow. Kunstexperte bin ich noch nicht. Entwickelt sich, aber ich glaube, es ist nicht mein Ziel. Aber eins kann ich euch versichern. Top Job!